ARD Text im Auftrag von Funk Wann bin ich denn jetzt der Coach? Ich hab das einmal gemacht und alle wollen jetzt immer durch die Coach auf der Playstation Du hast ne Playstation? Ja, das ist wirklich so! Du hast auch eine, du hast seit Ewigkeiten eine Playstation in deinem Regal stehen und du hast sie nie angeschlossen Ganz ehrlich Leute, jetzt ist es Zeit für die Tryhard Brille, denn damit sehe ich marginal besser, eigentlich brauche ich sie tatsächlich nur zum Autofahren im Dunkeln Das letzte Mal habe ich Playstation gespielt, das ist glaube ich ein halbes Jahr her, ein Jahr, fast ein Jahr tatsächlich Schauen wir mal, ich bin ja so ein großer PC-Fan Also siehst sowas von nach Berlin aus, Junge Dinger, abwärts du ne Startup? Hey, we just speak English here Ich schwöre, ich sag euch eins, ne? So, zurück zum Deutschmodus dann mit der Brille, Leute Gemeinsam werden wir jetzt in Syko und voila, wir werden die Gegner richtig auseinandernehmen, ganz genau Ich schwöre, du hast so Helmut-Kohl-Attitüden, wenn du das Ding aufhast, ne? Ich bin so geisteskrank, ich bin einfach... Gib mal ein Stück Butter, mal gucken, ob das einfach so ist So schlägt man, wie baue ich? Oh mein Gott, Kreis! Ne, du musst Kreis immer und dann nochmal switchen So, okay, wir machen jetzt Wir haben Minimum 5 Kills pro Spiel auf jeden Fall Das ist schon nett, ne? Oh, 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 oh! Hast du auf jeden Fall gut getroffen? Oh Gott! Oh, tschüss! Machen wir das auch? Ja Das war sehr intuitiv, weil ich da drauf gerückt habe Okay, sind die hier gut? Nein, die sind übel schlecht alle Echt jetzt? Ja, ja Also, sorry Leute, dass ich das immer wieder so sage, aber es ist einfach ein Fakt Ja, die Munikationskiste brauchen wir dann nicht, Leute, scheiß doch So, looten hier Die Leute einfach echt Mitnehmen, hallo, ich... Oh, hallo! Oh Gott, Fred, es gibt doch... Hallo, wieso ist mein Hack jetzt? Och, Göttchen! Du hast... Du hast einen eigenen... Ah, erstmal Roboter machen! Okay Da ist jemand, glaube ich, ne? Äh, Bruder muss los Bruder muss los, wala, es geht... Aber du bist halt direkt in der Zone Wie sprintet man? Auf den linken drücken, genau Auf den linken drücken, genau Man kann sich auf jeden Fall reinfinden Es geht auf jeden Fall klar Pump, aber Pump ist richtig schwer zu spielen auf der Playsee Die ist richtig... Oh, da ist jemand Wo ist denn der? Der ist unten Irgendwo unten Da Oh Gott, oh... Oh Gott! Oh Gott! Stopp! Ja, der stand doch... Das war doch ein Headshot Die Pump ist richtig schwierig, Alter Was? Guck da! Ja, der hatte volle... Der hat sogar noch richtig gesaltet bei dir, Alter Oh mein Gott, ich hasse... Aber nice, oh nice Soll ich dir ne Runde vormachen? Ja, mach mal bitte Versuch du mal Ich will mal sehen, wie das aussieht, wenn ein richtiger Pro Gamer ist Ich bin ein heftiger Pro Gamer Das ist okay, Apo Red Das ist okay Also Apo Red, zieh die Herausforderung Du hast eine Woche Zeit Rot Waffler Du hast eine Woche Zeit, um PC zu üben Ach ne, da zieht er mich trotzdem ab Ja, lassen wir das Komm, lassen wir das einfach Apo? Meinst du? Ja, der wird mich um PC Ja, der wird mich um PC Ja, der wird mich um PC Meinst du Red? Aber ich würd echt mal gerne sehen Also der hat ja glaub ich auch Call of Duty immer nur Konsole gezockt Das ist schon was anderes Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Aber man kann auch Punkte Natürlich, Alter Klar Du weißt auch gar nicht, wie wenn du Punkt setzt, ne? Mit R2 Oh, ich bin glaub ich rausgesprungen, ja Jetzt ist das Spiel auf... Ne, alles gut Pleasant wollte ich eh hin Wollst du eh hin, oder? Ich bin Pleasant Typ Bro, zieh mal weiter nach unten Sonst landest du nämlich genau überm Berg Alles gut, Berg ist gut Hinter dir, hallo Oh Gott Der Weihnachtsmann Ja, was will der von dir? Möcht nicht, möcht nicht Ne, willst du nicht? Ne, ne, kein Bock auf das Battle Nö Als ob er genau das gleiche macht, Alter Was für ein Reudiger Dirk ist wahrscheinlich das gleiche in den Rücken Ja, meinst du? Nein, der wird keine Waffe Zehner drauf Er fehlt dir keine Waffe Natürlich, das ganze Haus ist voller Hoffen Nein Oh Ja, hier baut schon jemand bei dir oben, ne? Ja, ich glaub auch Ja, kannst du hier unten hinsetzt im Fernsehen gucken Kann man tatsächlich einfach mal verrecken gehen Also es macht nicht so viel Sinn hier Da ist ne Kiste Hallo Hi Ah Ah Okay, einfach raus Oh Ganz ehrlich, es ist echt traurig sich das wahrscheinlich anzugucken Aber ist interessant Ne, ist es nicht, ne? Es ist nicht, es war jetzt pumped Okay War auch kein Glück, weil ich keine Waffe hatte Siehst du da hinten dieses kleine Haus? Da gehen wir nicht hin Okay, gut Ja, super Komm, den holst du trotzdem Ah, der schlägt mich Jetzt gibt's das mal Jetzt gibt's das mal Oh, oh Fünf, sechs, sieben Oh Gott, das ist ein Nachteil Ja Oh, oh Oh, oh Oh, oh In Ruhe Da ist ja, macht ja schon Spaß eigentlich Kann man nicht anders sagen Ich find's geil Ich bin auch einfach kein Konsolen-Mensch, man Alter, wenn ich das Ding in die Hand nehme Und ich würde am ersten versuchen, da mir jemand anzurufen Also so ein paar Konsolenspiele sind schon geil, oder? Warte kurz Digga, wem ist hier f***ing? Ja? Ah, ApoRed Klar komm ich in deinen Clan Nur rote Sneaker Kein Ding, Bro Machen wir Okay, jetzt gehen wir nach Lucky Faddle Faddle Landing Lucky Faddle Hast du nen Kill gemacht schon? Was? 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 Da ist doch schon jemand Steht doch schon jemand Jetzt bist du einfach auf nem Berg Sprinten, komm Du kannst es Auch heftigster Loot, muss man mal sagen Ey, du kommst halt in den Haus Mach ich die Tür ja auf Ich war das nicht War denn nicht hier der Gegner? Ich find das super, du sagst das immer so spielen Ups Da ist er Der ist auch unten gelaufen Aber den hätte ich glaube ich noch nicht gesehen Da hinten rechts war er irgendwie Hol dir jetzt ne Waffe und töte jemanden Das ist das Coaching Fertig Jetzt kannst du schon jemanden umbringen Wenn ich jetzt Ja, kannst du ja mal versuchen Genau Ich würde schon mal auf die Waffe switchen Das macht vielleicht Sinn Wenn jemand kommt So, da ist mal ne Pumpe Pumpe aber nach Pumpe ist nach wie vor nicht so krass hier Äh, okay, warte Ich muss kurz so Aha, da ist die Kiste Da ist der Chuck Chuck Und? Meinst du kriegst du den jetzt? Einen zu töten? Ich hab ne Kiste, oder? Gönnst du dir die erstmal Okay Freddy, jetzt pass auf Jetzt Achtung Ja? Kommt direkt die Treppe hier Ja Einfach ne Wand Mann ne, ich wollte doch gar keine bauen Ja übel nice, muss man sagen Und meine Hände schwitzen, Alter Mein Krüppelfinger schwitzt Geil So jetzt hier, Achtung Da kommt die Treppe Ne Und jetzt ist sie da Und noch eine Wow speed Wow nice Guter Trade Digga du brauchst nen Kill Ich krieg kein Kill Agro drauf Du brauchst nen Kill Komm Ich kann ja schon mal den Baum aneimen Das ist kein Sniper Schuss von hinten Weil du so Ja sag doch Gut schon los, Alter Und wo war das? Von rechts von dir? Rechts von dir? Das war Westen Von Westen Der hat auf jeden Fall gut gegeben Also der kann nicht all zu weit weg sein Glaube ich Jetzt ist er über dir auf den Stich Ja Probier mal Aber hast du gemerkt, oder? Hab ihn gehittet, ja War nicht äh Geil War also Ganz ehrlich Ska Was willst du da machen ne? Was willst du da auch machen? Soll ich dir ne gute Runde spielen? Ich spiel dir ne gute Runde Komm Ich hasse Playstation Geh mal Tilted Towers runter Zeig mal was du machst Ich geh Tilted Und dann geh ich richtig ab Besonders weil ich hab nur in Aufnahmen Bis jetzt Playstation gespielt Ansonsten gar nicht Ich spiele Playstation nicht mal privat Weißt du Guck mal Und jetzt siehst du schon den Autor Siehst du das? So hochgegangen bin ich selber nämlich nicht Ja 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 das ist natürlich schon ein krasser Assist ne? Ja ja Jetzt geht's hier nach Tilted Towers Schön Tilted So jeder einen Kill Okay Du einen Kill danach ich Okay machen wir Die Runde kriegen wir hin Jeder einen Kill Gehen wir geschossen? Oder war das die Türe? Der hier links links Ja die Schrotflinte ist auch echt schwer zu spielen Mann ey das sind auch Runden Jetzt musst du wieder einen Kill machen So Ich lehne mir jetzt zurück Man muss jetzt so Backseat spielen oder? Backseat Gaming Spielen wir noch so alter Hat nicht so gepasst jetzt oder? Hä? Ich wollte eh zur Tankstelle Huh? Ich wollte eh zur Tankstelle Das ist doch der beste Knappes Ding Jetzt glaube ich nicht mehr was drin Doch Niska Absolut klar Jetzt muss erstmal eskaliert werden Der hat sich gesehen Der kommt nochmal Warte jetzt gleich hast du Komm schon Hol den Kill Hol den Kill Ich glaube die sind in dem Haus drin Die beiden Ich würde aufpassen Den gibt es ja auch Fallen ja Ja klar Natürlich alles normal Ist auf dem Dach glaube ich Ist auf dem Dach glaube ich Da Da Jetzt kannst du War ein Junge Hast du gemerkt? Hast du gesehen wie ich den gegeben habe? Nice Hast du gesehen wie ich den gegeben habe? Aber krass wie man da so drin bleibt Ja man muss halt nichts machen Also man drückt halt einfach drauf Anvisieren und dann Oh Hinter dir Da Hinter dir Krass ne? Alter das ist echt heftig Das ist wirklich heftig Guck mal jetzt kannst du hier schön Jagd gewähren Kleine Tränke hat der auch noch Jetzt geht es ab alter Zwei Kills direkt Instant Das ist die Runde Das ist der Win Ist klar Ich weiß nicht Wie Da ist noch einer Dein Ernst? Was ist denn mit dem? Hinter dir hinter dir Mach mal wieder aufrecht Du duckst dich gerade Links 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 Wollt der sterben? Ne das sind Playstation Spieler Die sind manchmal einfach so Ach jetzt echt? Ja ja die checken das selber nicht Der hat die ganze Zeit nur Waffen gewechselt Der wusste auch nicht was abgeht Geil man Aber nice Drei Kills alter Animal oder? Have Animal Waren auch die heftigste Gegner Jagdgewehr Midrange ist es super geil Hinter dir? Ach Gott, auch Gott Ist das krass ne? Ist so hart wie man da so hinjumpt Also der wird von oben kommen Der pusht sich high ground Kann es einfach hoch bauen jetzt Einfach Und wo? Und wo jetzt? Links wieder Der war ein anderer ne? Ne 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 War der gleiche glaube ich So Freddy, versuch mal meine drei Kills zu überbieten Ok, kriege ich hin Also ganz ehrlich Ich muss ehrlich sagen Der Aim-Assist ist schon krass Aber du musst halt Die Positionen sind nur das Wichtige Ja richtig Wenn du ein bisschen bauen kannst Und das Ding ist halt Ich bin als Konsolenspieler Wie vielleicht merkt der absolute Noob Aber es macht schon Spaß Es macht schon Spaß Es fett Und ich glaube man kommt relativ schnell In diesen Flow rein Weißt du? Ja das ist halt so wie am PC zocken Nur dass du dann halt manchmal Immer noch ein bisschen krassere Bobgegner hast Hab ich das Gefühl Und du kannst dich halt nicht so schnell umdrehen Also das kannst du einstellen Aber Da musst du halt natürlich dann wieder das Handling für den Controller Genau Genau Krass 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 Boah saugeil mit den Legs gemacht Ja das funktioniert auch Hast du über den Schatten grad gesehen ne? Ja Holst du dir zuerst Ich finde es schon ein bisschen verwirrend mit dem Fallschirm zu fliegen Muss ich ganz ehrlich sagen Steuerung ist doch anders als mit der Maus ne? Ja bissel So da ist noch jemand bei dir gelandet Rechts die Kiste Man neigt ja voll dazu sag ich mal die Sachen gar nicht abzubauen wie beim PC Sondern immer außen rum zu laufen Weil das Wechseln zum Abbau Knopf ist viel aufwendiger als alles andere Weißt du was ich meine? Ja klar Und ich würde auch niemals hier mein Inventar sortieren wie beim PC Ich hab bei PC eine ganz klare Rangfolge Ich hab das auch hier Echt jetzt? Also hier nicht aber auf dem PC auf jeden Fall Ja auf dem PC auf jeden Fall aber hier nicht Der war jetzt nämlich da vorne der rechte Seite hinter dem Baum quasi bei der Garage Vielleicht kannst du das Haus sogar hoch pushen auf das blaue Ja Ja richtig genau Der ist hier oben auf Jetzt weiter hier vorne links Guck mal da Da unten ist der gewesen Da Bei dem Auto Bei dem blauen Auto war der Kann man schon mal versuchen Dann pushen wir rein Auf jeden Fall alles gelootet hier Also der wird hier nicht mehr drin sein Überall Gehst du dir aufs Haus drauf das rote? Meinst du? Ja ja muss der Überblick bewahren Wir locken sonst einfach welche an Okay jetzt gehst du aufs Haus drauf oder? Ja ja genau Die kommen wirklich hier echt wie Schmeißfliegen Ja ja genau wenn man schießt dann kommen die rote Ja ja Nix Hier ist glaube ich keiner mehr Ich glaube die sind alle tot Leben auch nur noch 40 Oh da Okay Paketenwerfer Der Bro über dir am Haus ne? Rote ja Och Gott Och Gott Freddy Och Gott ne Ja aber nice try Freddy du bist auf jeden Fall der geborene Konsolenspieler Wie ich gerade sehe Schaut auf jeden Fall bei dem Freddy vorbei Da könnte ich mal angucken wie man richtig Konsole spielt Oder halt bei Apolette Vielleicht auch einfach dann da Leute das war es mal diesem wunderschönen Video Geil 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 Fortnite auf der Konsole Geil 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 In diesem Sinne Schaut bei Sturmwart vorbei Derb auf dem Haters Machts gut Tschüss Geil Schaut bei Sturm Geil 5 Die